Hier, hier! Hier! Wo ist denn meine Frau Bohnen? Deine Frau Bohnen ist da? Brauchen wir nicht hören, dann stimmt das. Schau nicht! Oh, oh, oh! Ich bin doch verlassen! Ich war ganz so zwei Minuten weg! Wie schrecklich! Tut mir überhaupt nicht! Du kannst gleich da. Erst mal die Probel durch, dann kannst du da hoch. Hier! Da hab ich alles gesetzt. Ja, die Hunde sind da. Du hast die Tür auf, sind die Hunde da oben? Obst du da hoch, die rauskriegen? Dann geh doch hoch! Was machst du? Was war ich denn? Da bist du! Komm, komm, jetzt noch mal die Malung! Das sind von mir, von mir! Weil ich hab so ziemlich alles, was ich noch für mich... Ich weiß nicht, wie ich schon mal! llege ich jetzt einfach. Und wir brauchen zu...